Und eins und zwei und Tendue, seit, zurück, seit, plié, ralavé und vant, vant. Fällt euch auf, wer schon wieder mal nicht mittanzt, fällt euch auf, wer wieder fehlt wie letztes Mal. Was beide machen, das beschäftigt sie wohl ganz, sie hebt die Beine, ja doch nicht zum Tanz. Warum verbringt er mit der so viele Stunden, sich bildt die Brave, doch sie kokettiert, hört auf sie schlecht zu machen. Ach Barbara, bitte. Irgendwas passiert, wir wissen es doch alle, irgendwas passiert. Also dann, Fräulein Art, wir erkunden den Text ein andermal. Herr Schikaneder, ich brauch das alleine, fehlt mir, ihr Rat. Herr und Fräulein, sie halten uns für blöd. Herr und Fräulein, macht euch da auf den Rhein. Hier am Theater, wo jeder über jeden drascht, bleibt doch kein Geheimnisgeheim. Wir sind die zwei und wir haben es kapiert, wie etwas passiert. Etwas passiert, etwas passiert mit mir, etwas verändert mich total. Etwas passiert, etwas passiert mit mir, ich bin ein bisschen nicht mehr ganz normal. Warum ist sie im Kopf von mir, statt ich im Bett mit ihr? Wieso spiel ich in diesem Stück nicht den Don Juan? Ich sag ihm ins Gesicht, er interessiert mich nicht, doch wenn er in den Raum kommt, dann starr ich ihn an. Und noch einmal. Sieht, beide scheinen jeden Blick Kontakt zu meiden und keiner zeigt, wovon er fantasiert. Doch man bemerkt doch so, wie's innen drin vibriert. Und? Irgendwas passiert. War gut heute, sehr konzentriert. Irgendwas passiert. Irgendwas passiert.